Musik What's good YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ich mache ganz kurz vor dem eigentlichen Video diese Begrüßung weil mein Elgato das irgendwie nicht aufgenommen hat oder so keine Ahnung, irgendwie ist die Aufnahme generell ein bisschen verkackt die Soundqualität ist ein bisschen asynchron und wie gesagt die Begrüßung ist nicht da ähm, keine Ahnung, vielleicht muss ich in Zukunft einmal meine Stimme mit Audacity doch aufnehmen wenn ich live kommentiert mache auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefällt und jo, viel Spaß Warum ist jetzt schon wieder so lange nichts gekommen? Erstmal, weil ich eine krasse Missgeburt bin aber das müssen meine Abonnenten eigentlich wissen Nummer 2, warum nichts gekommen ist ähm, der Plan war ja ursprünglich, sag ich mal dass ich mein Ferienjob Geld für ähm, einen neuen PC ausgebe aber der Plan hat sich jetzt ein bisschen, sag ich mal, geändert da mein Kumpel Jan hier nochmal in der Schule danke und für dich gegrüßt äh, hat mir dann also er kennt sich ziemlich gut mit PCs und sowas aus, ne und der hat mir dann einen PC, sag ich mal, gegeben den er nicht mehr braucht also meine Teilen, die er nicht mehr braucht und so war richtig nice also der PC ist jetzt nicht so überficker und ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich jetzt irgendwas mit dem PC mache und wenn ich die ganze Zeit auf meine Elgato-Software gucke sehe ich schon, dass die ganze Zeit wie krassen sehr krassen Lack also, ähm ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme jetzt nicht auf jeden Fall, der PC ist zwar echt nicht krass, aber immer noch krasser als mein Laptop, den ich da vorhatte Jo, die haben schon Escort-Drohnen und alles oben auf jeden Fall hat mir jetzt ein PC gegeben wie gesagt, kein Ficker-PC wahrscheinlich sogar ziemlich kacke aber immer noch besser als mein Laptop und den benutze ich jetzt und der Grund, warum ich dieses Angebot, sag ich mal, angenommen habe ist ich hatte in den letzten Wochen und Tagen vor allem halt Wochen nicht, also was heißt, ne nicht wirklich gar keinen Bock zu zocken ich hatte in den letzten Wochen und Tagen nicht wirklich Bock zu zocken und dann habe ich mir gedacht woran liegt das? dass ich einfach wirklich gar keinen Bock habe zu zocken und ich meine Black Ops 2 ja, ist jetzt schon seit 2 Jahren draußen und alles und es ist teilweise schon echt ausgelutscht und da habe ich mir gedacht da muss sich was ändern also habe ich gesagt, dass ich den PC halt annehme und werde mir jetzt in den kommenden Tagen Wochen was auch immer eine Xbox One kaufen und zwar mit Fifa 14 äh, Fifa 15 natürlich und Advanced Warfare ich habe ja gesagt, dass ich Advanced Warfare auf der Dingen spielen werde auf der PS3 werde ich jetzt nicht Xbox One, keine PS4 weil die ganzen Exklusivrechte und alles auf der Xbox sind Xbox ist einfach für COD Zocker und auch FIFA Zocker einfach die beste Plattform darum werde ich jetzt auf die Xbox One wechseln wann das ganz genau passieren wird keine Ahnung aber ich denke mir noch vor Advanced Warfare passieren wird da ich keinen Bock habe mir Advanced Warfare 2 mal zu holen und ich will und werde es ich werde alles dafür tun, dass ich es am Release habe ich werde versuchen so viele Videos wie möglich rauszuhören es ist, es wird echt schwer sein wie gesagt, mein PC ist immer noch kein Ficker PC ja, Fifa werde ich dann auch ein paar Videos bringen ähm denkt jetzt nicht, dass ich so einer von denen bin die gar keine Ahnung von Fifa haben gar keine Ahnung von Real-Life-Football und dann Fifa-Videos machen weil das ist nicht so ich kenne mich gut bis relativ gut mit Fifa aus und auch genauso gut mit Real-Life-Football deswegen sollte ich da nicht allzu der Noob sein Eigentlich würde ich ja gern würde ich das so gern trennen einen COD-Kanal oder einen Dingens-Kanal einen Fifa-Kanal und so aber bei 400 Abonnenten glaube ich nicht, dass allzu viele Leute halt mitkommen würden oh mein Gott nein nein oh mein Gott ich bin der beste Spieler EU-West MLG Pro MLG Pro man, ich labere schon echt wieder extrem viel Bullshit ah bitte, bitte, bitte er hat wait was was Props an BO2 an dieser Stelle was war das denn? oh man naja egal wenn es euch gefallen hat lasst eine positive Bewertung da schreibt in die Kommentare was ihr so von den ganzen Gedöns haltet wir sehen uns beim nächsten Mal Leute ciao ciao ciao